Das ist Verteidigung. 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 Ich habe noch einen neuen Glückskiesel. Das ist Verteidigung. 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 Und einer noch. Okay. Das ist Verteidigung. 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 Okay. Sehr schön. Ja, ich würde mich einmal ausruhen. Das ist ja natürlich alles so richtig. Das weiß ich nicht. Das ist Verteidigung. Das ist Verteidigung. Das ist Verteidigung. Ich那個. Okay. Das ist Verteidigung. Okay. Das ist Verteidigung. Undame redeemLouise boulen. Sie ist nicht mein Name. Es ist eher mein Name. Sie sind meine Name. Sie sind die Beziehung im Amal. Sie sind nicht gedacht. Sie sind nicht so gedacht. Sie sind immer noch nicht so wichtig. Sie sind immer so an. Das ist das, was ich nur den Geistigen. Das ist ein Problem. Sie sind nicht so wichtig. Das war's für mich. 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 Und weg. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Und das war's für mich. 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 ich habe eine rolle ist ja aber gerade gar nicht da sind auf jeden Fall die Würfe wieder wir haben hier sowieso noch mehr als genug zu erkunden wenn wir in der Zeit noch ein Level schaffen ist schon was der wäre seltsam komm aus der Luft raus ich habe meine Skiri da sind wir in der Luft drauf ein das ist ein größeres gebiet wilde keiner das war die knappe verheilung sicherheit 20 fp sehr gut das müssen wir gleich hin der linie fischi noch was aber erst mal die kraften dinge hier weg die kraften die 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 So, jeden einmal flachlegen und tschüss. Gute Nacht! Hier aber noch keine Oile. Kopfballat Oh, ein stärkerer Keiner Oh, ein stärkerer Schüpf, wank ich, schüpf Lass uns leckerer Wechselparten bauen F.P. 46. Die Schweinchen geben gut F.P. Da ist eine Kiste. Ich würde gerne an diese Kiste ran. Kann auch sein, dass sie von oben runterspringen muss. Geht nämlich ganz danach aus. Oh Gott. Ah, gut. Ich hab's auch so geschafft. Stockköder. Sowas langweiliges. Gut. 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 Ich glaub ich hab jetzt hier alles. Ja. Ja. Über auf jeder Insel. Dann sind die Moospanzer wieder dran. Gut. Gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 dann ist die tage wo man kann da hinten angehen Okay, lass mal in diese Richtung. Arowana, was ist denn Arowana? Ein Urfisch. Ja, ja, oh, da haben wir einen Fisch. Ja, ich bin ein Urfisch. 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 Okay, da ist auch eine Euler. ein bisschen laut gerade aufgeschlagen. Ja, ich habe eine gute Idee. Ach, du grüne Neuner. Eine Wirbelsonnenbrille. Okay. Gut, aber wir haben die Eule. Ist ja schon mal was. Komm, dein Judah. Das ist doch gut. Okay. Da ist noch was. Das würde wieder geil sein. Nee, es ist Pfirsichtgelee. Dann muss ich einmal kurz wieder zurück. Ist auch blöd, dass ich hier nicht ins Menü wechseln kann. Für dich und dann nehmen wir das Ein- und Flüssichtgelee einfach mit. Das heißt, nur halb vergeudet. Hier kann ich einmal. Jetzt geht das wieder los. Oh, nein. Oh Gott, das war falsch. Nee, es ist Pfirsichtgelee. Das machen wir einfach nochmal. Oh Gott. Oh Gott. Autsch. Warum gibt es eigentlich nur diese komischen Barsch? Irgendwas einfach nochmal. Meine Übung macht der Meister, ne? Ich komme nicht über diese Seltenheitswert hinaus, ne? Nein. Oh Gott. Okay, es wird nicht besser. Mehr als den Barsch kriegen wir nicht. So halt einfach nicht sein. So, meine kleinen Moospanzer. Das war die und der letzte hier in den nächsten tag bieten reis stein bären Da hinten dann noch was glitzert. Da sah es doch so aus. Okay, nee, sah nur so aus. Da kann man nicht drauf. Gibt es jetzt den Wölfen an den Kragen? Und wir nehmen den Pfeffer noch mit. Oh, die ist der Wölfe. Bleibt es doch einfach mal an Orte-Stellen stehen. Oder das Töten vereinfacht. Um Stufe 34. Schön. Nehmen wir erst mal das hier. Gucken wir, ob hier hinten noch irgendwas ist. Ja. Oh, bitte lass es was Gutes sein. 10.000 galt. Sehr schön. Das ist mehr als gut. Ich kann ja hier im Wasser nicht aufs Menü zugreifen. Guck mal, wo ist das ganze Ding da hinten noch? Dann mache ich gleich eine kurze Finkelpause. Dann geht es gleich weg. Mehr Brase schon wieder. Also, jetzt eine kurze Finkelpause. Und dann bin ich gleich wieder da. Oh, ja, das ist der Pfeffer. Das ist gleich. Das war's. Das war's.